Du schießt, okay. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Hinter dem... ist ein Hero, Arthur. Hinter dem einen Baum, siehst du? Hat einen Headshot kassiert eigentlich, ist ohnmächtig. Ja, jetzt mach ich ihn selber. Nice. Waren das vielleicht die beiden? Ja. Was hast du gedacht für ein CSGO, oder? Irgendwo auch Gold 4, ich hab nicht mehr gespielt. Ah, ich will auch endlich Gold 4 sein. Was bist du? Gold 3. Vor uns Dragon, Benelette 2. Anniperoi, Barrikade, Barrikade, Straßenbarrikade. Pass auf, der ist doch direkt vor uns, Juri. FN Fall. Zwei Leute, einen hast du? Online hast du, online hast du, online hast du. Sie haben die NSV geparkt hinter dem Hotel, da war noch ein Hero. Mit noch einem Feld. Ich glaub, du hast ihn sogar einmal getroffen. Müsste ich auch. Bist du bei der Kirche? An der Mauer? Ich war am Ecke, ja. Ich glaub mal hinten in die Fire Station rein. Nee, nee, hier ist ein Bennett 1 vor uns mit der AK. Wo? Bei der Kirche? Beim Eckhaus, bei dem Eckhaus da. Der hat meine AK, ja. Er hat doch noch eine Enfield. Eine schöne, ja. Alter, überall Schüssel, Mann. Das ist krasser als bei Wasteland, Alter. Nice. Das ist genau wie in Wasteland. Du hast Schüssel, aber du siehst keinen Hurensohn. Alter, komm, Bock mehr, Alter. Was seid ihr? Ich fäll mit euch. Ja, wir hacken jetzt schnell. Ja, wir hacken jetzt schnell. Wir kommen gleich. Oh, Bitch. Und so wie ich bin raus. Geht ja ganz vorne. Geht ja ganz vorne. Geht ja ganz vorne. Geht ja drum sein, er hat's Beine gebrochen. Dann durch die Leuche, guck mal. Nein, nein, hinten ist er nicht. Oder doch, vielleicht. Warte mal, bist du der Bände 2? Ja, ich, nein. Ich bin hier hinten drin. Ach, lol, er ist genau vor mir. Oder? Mach mal okay. Ich lauf grad rum. Achso, ne, doch nicht. Da schießt du auch nicht unterwegs. Ja, da vorne läuft einer, da vorne läuft einer. Halt still, halt still. Halt still. Halt still. Neue Blech. Warte, ich mach nen neuen Anflug. Oh, du hast ihn. Nice. Halt still. Äh. Äh, hinter Artist Level 2 aus. Osten. Osten, ziemlich weit zu Osten. Äh, 70 Grad. Das hat Beine gebrochen. Siehst du mich? Ja, ja, ich weiss wo du geschossen hast. Genau, ich hab ihn. Welches ist der denn? O-Game-Mond-Dole auch noch hier. Vor zu... ...Fight by the Fail Station hin. Der fährt mit dem Pick-Up. Ja, der fährt mit dem Pick-Up. Ja, eh klar. Ja, eh klar. Danke. Wollte auch kritschen. Glaubst du da grad auf dem Field? Nein, nein, nein. Der ist da auf dem Field. Oh ja. Haha. Da sind wir mal weg. Au, Hilfe. Das war aber der nicht. Der andere hat sich, der uns geschossen hat. Ja. Ich weiss. Ich managier mich. Und wir sind so dumm, nicht zu Ende. Stift über die Hände. Wir sind so dumm, nicht zu Ende. Stift über die Hände. Ja, das sind zwei Anhaltböen. Genau vor meiner Fresse. Okay, auf der Rasse. Was ist das, was wir irgendwie haben? Was? Du hast es M2 genommen. Ja, du hast es schon zu Ende. Hä? Du hast es Drang als allererster zählt, du Lapp. Ja, ach nee. Deine haben es noch vier gezählt. Ja. Ja, und Drang hat mich nur gefragt, ob wir das denn erzählen wollen. Hab ich einfach gesagt. Was? Au, du. Du bist ein Profi. Ich kann nicht raus, ich kann nicht raus. Das Ding ist ganz, ne? Scheiße, Mann! Jo, dann werden die Zweier. Ja. Er trifft aber nicht. Hier, da wieder. Jetzt trifft er dich aber am Stein. Ladi, soll ich dich abholen? Ich wollte eigentlich jetzt nach runterlaufen. Da könnte ich noch keine Waffe holen. Du bist ETA gespawnt. Ne, ne. Kamenie. So. Okay, du hast ihn. Mal kurz relocken. Ja, ich sehe ihn. Hat eine Primera-Waffe. Ich halte still. Ich halte still. Ich halte still. Ich halte still. Ja, weiter vor müssen wir sind. Halt still. Halt still. Still halten. Wir werden beschossen von der Saw. Beine gebrochen. Ja. Warte, warte, warte. Niiiice! Niiice! Warte, rechts schießende Saw. Warte, warte, warte. Chill 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 chill. Ich mach ihn chill. Ich mach ihn. Ich mach ihn. Warte, warte. Drei. Ok, er move die da. Warte, warte. Wo hin? Straße? Hab ihn. Niiice! War das der? Ja, ja. Da hast du halt nur noch 100 Schuss gell. Aber nächsten Reaster habe ich voll. Ja, ja. Na das Ding denn fuel? Wer ist der Hero in meiner Base? Niemand In der Base? Das ist Herbert, das ist Herbert, das ist Herbert Warum? Weil der sich genau da auskloppt hat, genau der gleiche Skin Da Junge Drei Zwei Drei Zwei Komm Nein, bumm War links weg Junge, bleibt doch stehen Da vorne, da vorne Da vorne, vor dir Hat man zufällig meine DMR gesehen? Habe meine DMX gesehen, meine ich? Ja, die sind gerade nach E-Cutter gelaufen, glaube ich Hier, links von Soliborz sind die ganzen... Ey, warte mal, es bindet eins, es bindet eins, ist einer von euch? Bombe Ne Nein, nein, nein Guck mal, ich hab gerade nen Arsch gerettet Er ist Gott, der nicht verhittet oder? Er ist in die Straße reingelaufen Hat zwei Hits Jungen will mich doch treuen Drei 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 Eben Drei 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 Schande Der läuft jetzt über die Schiene Loop Hatten Headshot Komm lieber hierher, bevor du da weiter bumst Ich sterben wollte, ich schwöre Ey, der ist... Zweiter Hangar, Zweiter Hangar Bumst nicht weg Ja, 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 links, links, links Ist sogar ein Dreier Ohohohoho Ohohohoho